So, willkommen zurück zum Dota 2 Asian-Ship Spiel Nr. 3 zwischen Navi und EG. Jetzt hoffentlich mit einem neuen Milan und mit einem neuen Draft. Navi picken diesmal den Wisp, sind ein bisschen mobiler vielleicht als im letzten Mal. Und werden das hier vielleicht mal was anderes machen. Diesmal ist auch Channon grausgebannt, Schwerdaufhin ist wieder draußen, Badrider ist wieder draußen und immer noch der Funic Beastmaster ist draußen, der EG ja im ersten Game ziemlich stark zerstört hat. Persönlich um das Ganze mal ein bisschen lockerer zu machen. Wir haben den Wisp von Navi, einer der starken Helden früher, aber halt hauptsächlich früher stark auf Kuro, würde ich jetzt mal so sagen. Weiß ich nicht. Aber ich gehe mal stark davon aus, dass GoBlack auch einen sehr guten Wisp spielen wird. Und haben einen AXE für Evil Genius, die jetzt auch mal versuchen, dieses aggressiver Russian-Style Dota zu spielen. Wobei AXE ja, weil es nicht allen Teams gerade Core ist, einfach zu spielen, einfach zu executen. Und ja, in den fähigen Händen doch sehr stark, besonders weil es ist halt ein fetter Hero, er kann Solo-Kills holen, er kann das Team-Buffen mit dem Culling Blade. Und er kann super farmen und einfach der Cull ist es halt, es ist halt, technically ist es ein Nuke und es ist halt ein super einfacher Held, mit dem man tatsächlich so 5-Hero-Action machen kann. Wenn ein 5-Wall-Cull kommt, dann ist es halt auch sehr schnell in der Teamfight vorbei mit den ganzen Spins, die da rauskommen. Außerdem kann man damit halt recht einfach Minion-Straps verhindern, denn da ist AXE doch schon sehr stark gegen Juggernaut als zweites natürlich. Passt da ganz gut in die Strategie rein, einfach mit zwei Cores auf die Gegner zurennen und die Gegner hoffentlich sehr schnell überrennen. Ob das möglich sein wird, wird schwierig, denn Tony Wisp wird von Navi ausgepickt, die vielleicht ein bisschen jetzt mit einer cheesigeren Strategie kommen. Und einfach sagen, okay, wir wollen gewinnen, wir picken jetzt mal Tony und damit losgehen. Es ist bisher nicht das perfekteste Tiny-Wisp-Setup, einfach weil Tiny einen sehr starken Burst-Damage früh im Spiel rauspackt und die beiden Cores bisher halt nicht die Cores sind, die man halt sehr schnell damit bursten kann. Sowohl AXE als auch Juggernaut sind tanky, Juggernaut ist weniger tanky, hat dafür aber den Spin, um halt aus der Avalanche und aus dem Toss rauszukommen und damit halt nicht den vollen Zweier-Nuke abbekommt. Und außerdem sollten die Balls dagegen auch nicht funktionieren, denn die machen Magical-Damage. Und mit Magical-Damage meine ich ja Magical-Damage. So. Tony Tonka. Tinker für Dandy könnte auch eine Idee sein. Von einer gewissen Weile her, seit ich Tinker-Dandy gesehen habe. Das wäre auch eine Idee, ja. Aber halt sehr stark global, sehr stark aktiv. Das können sie aber auch nur machen, wenn EG jetzt hier kein Fiverr-Line-Up hat. Navi bannt halt auch schon Ancient Abrition und sie bannt Dazzle. Sehr interessant. Halt auch Dazzle ist klar, mit AXE und Juggernaut einfach zwei fette Cores, die man nicht unbedingt, naja, nicht unbedingt halt noch einen Healer dabei haben will. Ancient Abrition ist interessanter, aber es ist halt hauptsächlich klar auf Tiny. Es ist halt doof, wenn Wisp halt den Tiny healen will. Das ist ein Hauptteil des Ganzen. Im Late-Game vielleicht nicht mehr so ganz krass. Klar, Wisp kann auch healen. Auch im Late-Game ist halt so ein Mecha-Heal auf beide doch schon irgendwie 800, 900 Leben, klar. Aber hauptsächlich im Late-Game ist es halt der Damage-Reduction vom Overcharge zusammen mit dem Attack-Speed-Buff. EG bannt tatsächlich Lich. Also wir haben Lich und Venge for Spirit, die raus sind. Venge for Spirit, klar, ist im Core, um nochmal cheesy Strats rauszuholen. Was haben wir? Wir haben bisher einen Venge for Spirit, die gepickt wurde zwischen 50, 60, 35 und gar nicht mehr. Okay, also in Sachen Picks hat die so sehr stark abgenommen. An Tag 1 von den Gruppen fahrt sie irgendwie noch 50% Pick-Rate, Tag 2, 60, Tag 3, 30 und Tag 4 gar nicht mehr, so ungefähr. Wobei sie aber auch immer so ein bisschen bei 40, 30% Ban-Rate war. Aber meistens hat sie halt irgendjemand genommen. Das hat jetzt ein bisschen abgenommen. Das ist... Weiß ich nicht, woher das kommt. Aber naja. Die großen Ultis sind halt nicht mehr drin und die sind jetzt mehr auf Aches und Juggernaut, auf Multiple Cores, die halt reinrennen und Damage machen. Und nicht mehr halt diese eine große, Sniper, Medusa, so auf die Richtung, die halt unbedingt gesaved werden muss. Das ist halt so das, wo Venge for Spirit exzelt. Wir haben in letzter Zeit sehr viele Match-Ups tatsächlich gesehen, die halt mehr auf die Richtung... Mehr auf die Richtung... Einfach nur Melee-Carries, die sich gegenseitig... Naja, die Fresse polieren, um es mal informell auszudrücken. Das sieht jetzt schon fast schon wieder so danach aus. Wir haben Tony, wir haben Wolverine Nummer 1 und wir haben den Juggernaut. Also kein Touchless. Und das sind halt wieder drei Millis. Und mit Earthshaker ist es ein vierter Melee und mit Wisp ist kein Melee, hat aber stärker. Das zählt auch, naja gut, technisch nicht. Aber muss halt auch an den Frontlines stehen. Von daher auch wieder so ein Ding. Wir wollen einfach nur auf die Fresse gehen. Aber naja, nicht so viel wie jetzt in den letzten Games. Was war das? Am Montag, das zweite war das, glaube ich, wo es halt auch so sehr stark... Einfach nur wirklich all Melee und all up dafür. Einfach nur Dinge passieren. Das wird diesmal nicht so sein. Wir haben Relocates, wo wir drauf achten können. Tiny wird halt hauen und Tiny wird langsam hauen und stark hauen. Von daher ist es halt auch was, wo man halt Progress sehen kann quasi, dass Leute langsam sterben. Wir haben nicht mehr so viele Creeps wie letztes Game. Oh Gott, das waren so viele. Ich habe vollkommen den Überblick verloren. Wird es halt manchmal ein Phoenix-Ei. Yay. Das kann man drauf gucken, aber ansonsten war nicht viel da. Ja, außerdem haben wir jetzt schöne Dunks vom Earthshaker und Fissures. Wir haben einen Omnyslash und wir haben natürlich einen X-Call. Das sind so die Playmaker gerade im Spiel. Und natürlich die Ravage, die jetzt rausgekommen ist für Navi. Wir haben einen Offlane-Funny-Tighthunter. Und... Türsteher-Meter. Oh, das ist... Oh, das ist verdammt gut, ja. Da wirkt jeder 5 Millis draußen. Du kommst nicht. Oh Mann, Türsteher-Meter. Das ist gut, das übernehme ich. Danke, Bambo. Ja, alles Millis und ab auf die Fresse. Mal schauen, ob EG dann noch vielleicht ein paar Supports nimmt, die nicht Millis sind. Okay, Stormspread mit dieser Range ist auch ein Millis. Außerdem stellt er Türsteher ab mit seinen Remnants, durch die Leute nicht durchwollen. Schrecklich kommen. Oh, und wir haben einen Bane. Oh, nice. Okay, wir haben einen Bane. Wie lange ist es her, seit ein Bane gezockt werde? Holy shit. Wenn ich jetzt irgendwie Duttdoter bedienen würde, würde ich das auch machen. Ansonsten Statsman, Statswomen, keine da. Schade auch, aber... Okay. Matches, Picks und Buns. Ich schaue mal auf Heroes, ob in der DAC überhaupt schon ein Bane gepickt wurde. Bane, vier Tage zuvor. Acht Games tatsächlich, oh. Acht Games. Wahrscheinlich ist da auch vorher das andere drin gewesen, aber acht Games. Bisher eine 62,5% Gewinnrate, immerhin. Aber gegen Storms wird auch ziemlich gut, gegen Juggernaut gut. Für Pick-Offs gut und Teamfight haben sie mit Hight-Tatter. Außerdem wunderschön für Relocates. Sowohl im Nightmare als auch mit dem... Mit dem... Mit dem... Ja, Brainsap kannst du halt auch noch benutzen. Gott, damit war ein Feen-Scrip. Oh Gott. Es ist ja so lange, dass ein Bane her ist. Es ist fast ein halbes Jahr her, wo Bane im Meter drin war. Und der Lion band auch noch. Ja, Lion hat auch sehr stark abgenommen. Hätte ich auch öfters vorhanden gesehen. Und Bane freut mich. Bane ist halt so so ein Held. Es ist tanky. Er steht meistens halt weit draußen. Und er macht halt große Feen-Scrips, wenn er nicht unterbrochen wird. Das Problem ist, Storms build, Earthshaker... Uh, Enigma tatsächlich. Enigma in Bane reinzupicken, ist schwierig. Auch wenn der Feen-Script nur das Hole unterbricht, ist es halt schon... Reicht schon. Tja, Tiny Wisp. Wir haben einen Tidehunter, wenn es zum Fight kommt. Wir haben einen Bane zum Setup für Relocate-Gangs. Ja, dann wahrscheinlich Position 4 wird mit hoffentlich Blinks oder sowas. Es wird ein Vanscore Bane werden. Und dann brauchen wir jetzt noch was in der Safe-Lane. Was irgendwie dann zusammencarried. So wie wir das hier nicht kennen, wird das ein Melee. Aber es sollte wahrscheinlich ein Range-Carry werden. Einfach, dass er irgendwie aus dem Enigma rauskommt. Vielleicht sogar mit irgendwie einem Stun. Und es ist aber wieder die Queen of Pain. Okay. Wir haben halt den Scream mit dem Pure Damage. Und wenn alle klumpen und alle einen Enigma holen, dann... Enigma ist wirklich ein Türsteher-Chef. Ja. Wenn alle klumpen, dann könnte der Scream halt auch eine gute Sache werden. Und eine starke Sache für Navi. Also wir haben jetzt halt auf jeden Fall die Möglichkeit und das Line-Up, um irgendwie damit klar zu kommen, mit dem Ding, was letztes Mal passiert ist. Wir hatten im letzten Game halt einen sehr starken Klumpen an... einen Klumpen oder einen Haufen an Heroes, die zusammenstehen. Und da mussten Navi halt irgendwie rein. Ich würde es ja in Juggernaut, das ging. Aber das ging absolut gar nicht. Wir wollten irgendwie rein spinnen, wurden gerechtigt netzt. Und dann kamen halt irgendwelche Shen-Creeps und Leute, die haben ihn halt vermöbelt. Das war nicht so doll. In diesem Game sieht das halt wesentlich anders aus. Wir haben Tiny Ravage. Wir haben die Queen of Pain. Die erst mal reinspringen, aufräumt. Und Tiny klappt halt erst mal rein. Das heißt, wenn EG zu nahe stehen, werden sie komplett auseinandergenommen. An den Lanes ist es wieder mal recht greedy von EG. Weil sie haben wieder einen Jungler. Der Niedma wird im Jungle unterwegs sein. Wird allerdings, zumindest am Anfang, nicht so aggressiv aktiv auf den Lanes vorhanden sein, wie Aui das mit dem Shen im letzten Game gemacht hat. Habe ich so das Gefühl. Klar, mit Eidolons und ein bisschen mit Maledict kann man auch ein bisschen ganken gehen. Aber, naja. Nicht so stark wie mit Shen-Greeps, würde ich jetzt mal sagen. Aber, naja. Wir haben halt zusammen, ja. Auch PPD ist halt mit dem Earthshaker so ein Held. Klar, Offline Titan, der ist dann doch der bessere Held, gegen den man einen Earthshaker hat. Einfach weil, naja. Wir haben schön die Möglichkeit eines Fissure-Blocks. Oh, aggressiver Wort. Nicht für die Rune gedacht. Ich weiß nicht, ob ihr hier das Camp blockt. Es sollte nicht, also einfach nur die Augen offen halten. Besonders diese Position ist halt kritisch. Da muss Phanik aufpassen, dass hier nicht der Fissure-Block kommt. Tja. Aber, naja. Wir haben halt Aui im Wald. PPD auf dem Roaming Earthshaker wahrscheinlich. Wird ein bisschen roamen. Besonders halt in der Mitte. Kann hier auch so ein Fissure-Block mit dem Pull über die Fissure drüber. Vielleicht auch ganz cool funktionieren. Wir haben 4 auf dem Carry Juggernaut. Universe nimmt den Offline-X und Sumail auf dem Signature Storm Spirit in der Mitte. Da bin ich mal gespannt. Das letzte Game von E.G., was ich gesehen habe, hat Sumail richtig doll gestompt. Okay, das war, glaube ich, gegen V.G. Und da bin ich mal gespannt, ob das genauso wieder jetzt passieren wird. Das könnte auf jeden Fall Potenzial haben. Wenn Navi-Helden halt nicht fett werden, dann ist es schon schwierig. Außerdem besonders, eigentlich kann Storm halt auch Tiny Wisp Solo nehmen. Je nachdem, wie er es tut. Das wird halt die Schwierigkeit. Außer mit dem Orchid auf, keine Ahnung, Orchid auf Wisp und Hex auf Tiny oder so. Wenn Sumail soweit kommt. Aber tatsächlich haben wir andere Lanes. Wir haben Dandy auf der Safe-Lane als Quob. Vielleicht wegen den Fissure-Blocks haben sie Angst und wollen halt lieber eine Duel-Lane machen mit GoBlack und Funnick auf der Off-Lane. Auf dem Titan und dem Main. In der Mitte natürlich Tony Wisp. Reversed auf dem Tony und Vanscore auf dem Wisp. Und das beendet unsere Lanes. Wir machen die Last jetzt an. Generell die Mitte Sumail sollte erstmal damit okay sein. Muss aber tierisch aufpassen. Weil der Damage von Tiny Wisp sollte er nicht unterschätzen. Das ist halt ein recht großer Teil des Ganzen. Und jetzt hat er das Problem, dass Fear leider Solo gegen diese Lane hier unten sein muss. Und das wird er nicht überleben. Deshalb kommt er doch schon PPD zur Hilfe. Die allerdings halt auch nicht viel machen kann. Earthshaker ist halt nun mal bis zu den ersten paar Levels eine laufende Fissure. Mehr nicht. Und muss mal schauen. Er kann jetzt halt immerhin pullen. Er kann das Equilibrium so ein bisschen für sich manipulieren. Und vier so ein bisschen Space verschaffen. Andererseits, die beiden Helden sind jetzt auch nicht die Helden, die jetzt Angst davor haben werden, ein bisschen näher zu vier zu kommen. Also besonders halt mit Anchor Smash einfach ins Gesicht. Funnick wird da immer weiter vorne sein. Und Rotations von Aui werden schwierig zu sehen sein. Es sei denn, er kommt halt von unten her. Und da er das wahrscheinlich nicht weiß, dass da ein Ward ist. Nicht sicher. Andererseits könnte er auch noch smoken. Das wäre durchaus eine Möglichkeit. Mal schauen, ab wann Aui gerne rotiert. Das ist halt so eine... Als Procaster weiß man das vielleicht, wenn man so viele Games gesehen hat. Aber keine Ahnung. Ob er lieber das oder das macht. Hat den Vorteil von Co-Castern, sie sich da mehr auskennen. Oder so. Aber ja. Wir haben zum Mail in der Mitte. 8 zu 3 gegen Tiny 6 zu 2. Naja gut. Aber klar, Tiny muss... Äh, Whisp muss auch gerade pullen. Hat den Doppel-Pull geschafft. Zumindest auf der einen Seite. Hier bin ich mir nicht ganz sicher. Aber sollte passen. Whoops zum Mail. Kriegt er doch direkt einen Avalanche-Toss ins Gesicht. Wird low. Aber erlebt das noch Ganze. Titan der Illus. Scouten erstmal Aui aus. Kann vielleicht ein paar Lastsits hier wegnehmen. Aber sie sieht nicht danach aus. Auch wenn die keine Leben haben. Irgendwann sind sie tot. Sind wir hier unten mit der Lifebar. Den Buggy Bug Bugs. Natürlich. Die kommen nicht ohne aus. Außerdem wieder am Anfang. Es geht noch recht mit den Legs. Ist noch okay. Aber Perfect World kann ja irgendwann kommen. Und kann uns da auf die Füße fallen. Tja, Quob mit 12 zu 5. Offlane gegen den Aix, der 7 zu 0 ist. Dandy hat da doch eigentlich eine ganz gute Kontrolle darüber. Aix, ja. Wird es wahrscheinlich nicht mit dem Battlehanger versuchen. Das wird gegen eine Farm der Quob nicht so effektiv sein wie im letzten Game. Wo man das auf dem Tree machen konnte. Und es immerhin etwas getan hat. Außer dem Movement Speed ergeben. Whoops. Schöne Legs. Die kommen öfters vor. PPD versucht es hier und versucht es dort. In der Mitte hat es jetzt nicht funktioniert. Sumale musste auch in die Base zurück. Suddenly Tiny 13 zu 3 gegen Sumale 12 zu 3. Hat jetzt den Creeps Score übernommen. Ist jetzt Top of the Board. In Sachen Midlane. Ansonsten Top ist natürlich auch noch der Enigma dort vorne. Aber die kleinen Creeps, die zählen ja nicht so wirklich. Zumindest nicht so wie... Also, ja. So ein großer Zählt. Aber die kleinen Creeps sind natürlich nur Futter dafür. Trotzdem 3 Minuten 44, 45, Level 4,5 für den Enigma. Es ist ein starker Dschungel, gerade für Aui. Und er konzentriert sich wahrscheinlich auch komplett aufs Dschungeln. Mal gespannt, ob es ein Blink-First wird oder ob das ein Mech-First wird. Ich würde mal sagen, ein Mech ist sinnvoller. Besonders, weil sie den Heel brauchen. Sie haben fette Cores, sie haben Aix. Da sind Heels sinnvoller. Mal schauen, dass werden erstmal Boots werden. Und dann schauen wir mal, inwieweit das hier... Inwieweit das hier ein Mech wird. Oder ein Blink oder sonst was. Schönes Micromanagement auch hier von Aui. Deshalb gucke ich gerade hier noch ein bisschen hin. Hat jetzt leider den Hellbearsmasher-Clap rausbekommen. Hat so schön zu dritt gespaced gehabt. Aber jetzt ist es vorbei. Go-Black rotiert jetzt in die Mitte. Versucht vielleicht mit einem Nightmare hier ein Setup zu bekommen. Aber auch PPD mit einer Invis-Rune ist hier. Jetzt gehen halt alle rein. Fischer schön auf 3. Und ignoriert hier irgendwelche Ghosts, die gemacht werden könnten. Ja, Herr Wost ist hier schon eingesperrt. Kann aber über die Fischer hinweg noch ein paar D-Nice hauen. Obwohl er... Technisch sind glaube ich seine Arme nicht so lange wie die Fischer. Aber hey, Attack-Range und gleich Armlänge. Mechanics sind selten so wie die Hero-Models. Ja, hatte ich gesagt, dass die Lacks besser werden? Puh, Puste geworden. Wie sieht's offline aus? 11 zu 0 für Universe. Okay. Das wird nicht besser. Ja, der Chat. Ist Dota 2 genauso wie LoL? Ja, es ist genauso wie LoL. Außer, dass es halt nicht so ist. Ja, es ist schon unterschiedlich. Außerdem, also zum einen geht's halt schon damit los, dass halt LoL... Also, dass halt Dota besser ist. Dann gibt's halt diesen kleinen Punkt, dass Dota ein bisschen besser ist. Gefolgt von, dass man halt in LoL nicht hinein kann. Dementsprechend nichts hier. Wurst wird LoL, wird aber hier auch wieder geheilt. Kein Vortex tatsächlich hier. Das bereichert mich ein bisschen. Ich dachte, das wäre ziemlich cool, halt Leute über die Fischer rüber zu ziehen. Aber, ne gut. Tja. Dandy wird auf jeden Fall dieses Mal mehr Impact haben. Ist auch schon auf dem Weg zum Ork-Aid, okay. Frühe Robo of the Magi, hey. Bring Lasted Damage. Kann man gebrauchen? Oh, Smale. Versucht sich die Rune. Ah, kriegt aber die Regen-Rune. Das ist, naja gut, okay. Das ist noch nicht Level 6. Aber trotzdem wird sie noch haben, wenn er Level 6 ist. Das ist natürlich eine ziemlich gute Rune. Betten sich hier gegenseitig. Auf der Bottom-Lane, EG. 4, 28 zu 7. Gegen den Titaner mit 27 zu 4. Also auch even. Okay. Tatsächlich hat EG nicht wirklich Lane-Vorteil. In der Mitte ist es even. Auf der Bottom-Lane ist es even. Auf der Top-Lane hat Dandy den Vorteil. Aber, muss man natürlich beachten, Aoi im Wald nimmt einiges an Farmen raus. Und deshalb sollte hier der Graf eigentlich, oh, er ist tatsächlich even und war mal in favor of Navi. Hätte ich jetzt nicht erwartet. Wird aber jetzt wieder sehr weit hochgehen. Wahrscheinlich auch, weil einfach Aoi jetzt schneller farmen kann. Ist er bereit für den ersten Gank? Hat natürlich Level 6. Wird das Black Hole als erstes nutzen. Und danach die 3 Minuten im Wald übernachten. Bis das Black Hole wieder ansatzbereit ist. Und diese 5 Stunden, die man warten muss. Aber, naja. Wird anscheinend nicht zu holen sein. Sehen jetzt hier, dass Phanik wieder hochkommt. Und tatsächlich, Aoi, hat der eine Haste-Drohne? Wird nicht angezeigt. Der war aber schnell. Oder waren das nur Legs, die aufgeholt werden? Sehen Sie den hier eigentlich? Ne, sehen Sie ihn nicht? Da kommt, oh, der war schon am Rückweg. Da kommt Aoi, Aoi. Wird ihn nicht bekommen. Schade drum. Wäre halt eine schöne Möglichkeit, jetzt nochmal das Black Hole auszupacken. Außerdem, mit Omni-Slash wäre das ein guter Kill gewesen, wenn es halt Solo wäre. Aber in der Mitte erstmal kommt jetzt hier das Nightmare. Oh, und da kommt Toss Avalanche. Und zum Mail lebt er sich noch. Ein Ex. Oh, schön gemacht. Auf zwei. First blattet sich von Universe. Und da kommt das Black Hole. Auch für Worst alleine. Worst wird low gehalten. Universe lebt noch. Aber jetzt kommt der Toss und kriegt immerhin einen Kill, bevor er down geht. Goblek ist da low und sollte vielleicht nicht zu nah rangehen. Denn, ja, er hat halt keinen Brainstap, um halt hier mal schnell den Storm sich zu mampfen. Und wird auch noch für einige Zeit keinen Brainstap haben. Schöner Turn von E.G. hier. Dass da sowohl Universe war, als auch direkt Aoi rein tippiert ist und das Black Hole direkt zum Nutzen gebracht hat. Sie da zwei sehr, sehr wichtige Kills rausgeholt haben. Drei zu eins der Trade. Und wichtige Kills. Besonders halt auf der Quop, die halt angefangen hat zu Snowballen. Aber halt trotzdem. Ja, trotzdem halt jetzt gestorben ist und nichts rausholen konnte. Außerdem. Gestackte Camps? Nope. Achso, da. Ja, die Camps werden demnächst kommen für Tony. Kann er sich snacken. Mal schauen, ob sie hier nochmal gestackt werden. Zumindest das Camp könnte man nochmal stacken. Das hier sollte nochmal gehen. Das da unten wird hat schon knapp. Und Quop putz ich Egg Solo. Gut. Okay, Fight Free Camp. Mal gucken, wie viel Damage sie gemacht hat. Sie hat 200 Damage gemacht. Okay, ja. Und Egg hatte nicht mehr wirklich viel Leben. Ich wollte schon sagen, äh, das ist nicht so einfach. Ja. Es leckt so hart, weil wir sind auf Perfect World Servern, ergo auf chinesischen Servern. Und die haben irgendwie Lack-Probleme. Ich würde es nicht sagen, dass es am chinesischen Internet liegt. Aber, oh, Sumail spottet hier die Camps. Ja gut, aber wird sich jetzt einen einzigen Wild Camp snacken. Und ansonsten halt nichts machen. Goblet kommt hier rein. Oh, ganz knapp in Animation noch hier rausgeholt. Sumail muss da sehr schnell wegslappen. Vielleicht versucht er nicht noch ranzukommen? Ne. Versucht er nicht ranzukommen. Hervorst holt sich diesen Stack. Wird dann auf dem Weg zu einer Drums sein. Das ist ein sehr früher Stick, den er sich da holt. Aber, ja. Ist auf dem Weg zu Drums. Geht den Fighting-Build. Und wird dann nach dem Camp auf jeden Fall dann haben. Ich habe übrigens in der Pause immer noch nachgeguckt, wie viele Unterseekabel jetzt wirklich zwischen Amerika und China liegen. Ich kann mir ganz gut vorstellen, dass in Südamerika auf jeden Fall ein paar Kabel liegen. Allerdings weiß ich nicht, wie die Kabelverbindung von Amerika darunter ist. Also es ist halt zumindest nicht einfach. Ich glaube, da liegen keine Unterseekabel Richtung Süden. Also es wäre halt relativ einfach nach Kuba und dann weiter. Aber wegen dem Wirtschaftsembargo hat leider die USA keinerlei Links nach Kuba. Und Kuba ist tatsächlich nur bei Satellit angeschlossen im Internet. Deshalb, wenn ihr mal Kuba pinkt beispielsweise, habt ihr dort Pinks von 200 bis 250. Ja, unnütztes Wissen aus der Uni. Routinkurse. Aber Venezuela hat irgendwie jetzt eine Unterseekabel geplant. Von daher kommt man tatsächlich auch meistens von Venezuela aus tatsächlich dahin. Wenn du halt pinkst von hier, kommst du halt wirklich erst nach Frankfurt. Von Frankfurt nach Paris oder irgendwie da nach Norden, dann in die Nordsee. Von der Nordsee nach Miami. Und von Miami dann halt entweder mit dem Satellit nach Kuba oder irgendwie ganz über Südamerika von Venezuela nach Kuba. Was sogar schneller ist. Ja. Aber es ist halt wirklich davon abhängig, ob hier Unterseekabel verlegen. Oder halt die Landmasses meistens mehr Hops drin. Deshalb dauert das auch noch ein bisschen mehr vom Ping. Aber gut. Ja. Routing ist eine tolle Sache. Wenn man es studiert. Oder so halb studiert. Routing ist eine tolle Sache. Aber back to Dota. Und back to Lex. Sollten immer noch 600 Lex sein, oder? NetGraf 1. Was haben wir denn hier? NetGraf 100er Ping. Huiuiui. Ja, da sieht man. Okay. Also, Pings von 100 in China sind möglich. Wobei es mich tatsächlich... 100er Pings am Arsch. Eh nicht. Ja, okay. Technically sind das 100er Pings möglich. Aber es gibt natürlich auch den Unterschied einfach nur zwischen den Ping, den man in der Konsole eingibt. Wenn Ihnen so eine Konsole pingt eingibt, seht ihr ja halt alle... Die Pings aller Mitspieler, die hier im Game sind. Das kann ich jetzt nicht machen, weil... Aspectator. Aber da seht ihr halt alle Pings. Diese Pings sind... Naja. Ich glaube von Game Information. Also ein bisschen mehr. Wenn ihr ein Minus Ping einfach gibt in der Konsole, dann kriegt ihr halt irgendwie so einen Wert von... So 10 oder so. Das ist halt Bullshit. Das ist halt nur der direkte Ping. Und irgendwie noch ein bisschen kaschiert. Aber ja, dieser NetGraf zeigt ja dann hier den... Den echten Ping nach China an. Dann hast du halt 100 Millisekunden, weil es ist halt die Entfernung. Irgendwie Lichtgeschwindigkeit mal Entfernung und so weiter. Also, naja, Entfernung durch Lichtgeschwindigkeit mal Lambda. Dann kommst du auf diese 100. Aber naja, mit Ping-Informationen, mit den ganzen Paketen drum, dauert das halt ein bisschen länger. Müsste halt jemand ingame Ping drücken, um das daraus zu finden. Ja, ihr seht schon. Es passiert gerade voll viel, wenn diese Themen kommen. Oh, massives Verlassen im Chat. Okay. Ich glaube, das ist hoffentlich keine Kausalitäten und Korrelation. Was haben wir? 1-1, 3-2, 13 Minuten. Leute farmen. Und GoBlack stirbt in einem schönen Omni-Slash. Der Ward hier oben zahlt sich schon aus. Das ist halt immer die Gefährlichkeit. Und wenn du hier stehst und so... Hm, okay. Wenn sie jetzt ein Ward haben, bin ich tot. Wenn sie kein Ward haben, überlebe ich das Ganze. Oh, er ist ein Relocate-Game auf die Top-Lane. Wir haben ein Universe hier. Ravage muss gezündet werden. Oder oder auch nicht. Ist zu weit weg. War ein Kurzschluss von Vanscore. Aber sie haben drei TPs gezündet. Das ist halt auch schon mal was ganz Gutes wert hier. Nicht schlecht. Immerhin. Zwei... Na gut, zwei. Drei TPs gezündet für ein Relocate. Und keine Ravage benutzt. Das ist immerhin möglich. Das Problem ist jetzt halt... EG steht jetzt halt für den Tower. Boah, ich so, okay. Den müssen wir jetzt holen. Na'vi denkt sich, oh, scheiße, wir müssen die Tower defen. Aber selbst schuld. Mit dem Relocate haben sie das halt... Wollten sie halt haben. Blink of Funic. Gehen wir kurz die Items runter, wenn es vielleicht bald oben auf der Top-Lane zum ersten Teamfight wird. Wobei es so aussieht, als ob Na'vi den fallen lassen. Ja, mit Eidolons ist der Push doch sehr, sehr schnell. Versuchen hier ein bisschen was in der Mitte zu bekommen. Denn... EG ist komplett nach oben tippet. Und da können sie jetzt nicht so schnell reagieren. Na, ihr könntest es hier sein? Nein. Das Na'vi pusht, wird es aber nicht tun. Na'ja, wir haben ein Items. Teilt er mit Blink. Das ist ganz gut. Wenn es gehört, gar nichts. Dandy ist auf dem Weg zum Orchid. Wie weit fehlt da noch? Knapp 500 Gold fehlt noch hier für den Orchid. Tony... Tony braucht 1700 fürs Arganims. Auch bald soweit. Aber allerdings sind die Stacks ja doch jetzt langsam aufgebraucht. Bane hat nichts. Wird jetzt erst mal rotiert. Schön im Smog hier. Oh, deckt sogar den ersten Smog auf. Das ist ganz gut. Beide gucken sich an. Ups, Smog gegenseitig. Aber kein Blink auf Universe. Der erste EG-Hero, der keinen Blink hat, hat auch die Lane recht stark gegen Denny verloren. Konnte halt nicht so viel tun. 4 Meter Maske auf Madness. Wo haben wir ihn hier? Maske auf Madness. Wird vielleicht nachher auf entweder ein Jascha jetzt gehen. Oder vielleicht schon auf ein Arganims. Aber ich glaube, da hat er vielleicht ein bisschen so wenig Attack Speed. Müssen wir sehen. Wahrscheinlich ein Jascha war zumindest im letzten Game bei Herr Wurst. Das ist die Wahl. Mal schauen, was 4 hier für ein Item Build geht. Enigma hat das Mac gebaut am Anfang. Klar. Und wird jetzt wahrscheinlich auf Blink gehen. Auch auf seinem Tranquil Boots auf Enigma. Also auch keine Mana Boots hier. Mana Boots nehmen so ein bisschen ab irgendwie. Und ja. PPD hat keine Items. Aber ein Sentry Ward. Wurde ihr oben gesehen. So, okay. Wir haben einen Bane. Der Solo gesmoked. Hier oben steht. Hm. Was wird der wohl tun? Naja, warden. Okay. Und direkt GD-warded. Also schöner GameSense von EG. Aber hätte ich auch nicht mehr erwartet davon. So. Storm Spirit auch auf dem Weg zum Orchid. Wird es ähnliche Zeit haben als Dandy. Dandy ist 300 Gold weg. Hier sieht es mit dem... Sieht ähnlich aus. Also Dandy und Sumay sind da ähnlich. Earthshaker. Ja. Hat natürlich erstmal nichts. Ein großes Ding wird halt noch... Zum einen noch sein, wenn Universe seinen Blinkdagger bekommt. Was dann nach dieser Creepfab bekommen wird. Auch eine große Sache. Und wann Tiny seinen Arganem-Sceptor bekommen wird. Das ist auch noch so eine große Sache. Denn hat auch der Toss-Damage wird mehr. Was... Hat auch ein großer Punkt vom Burst. Bisher ist Tiny ein Burst-Hero. Zumindest bis 30 Minuten im Spiel. Und jetzt versuchen sie aber noch Universe zu bekommen. Der hat aber jetzt leider seinen Blink gekauft. Schade für Navi. Dass sie das nicht vorher irgendwie... Den Pick-Off bekommen könnten. Aber immerhin. Wir sehen jetzt hier auch Tiny Wisp komplett nur noch im Dschungel unterwegs. Hat jetzt das Arganem-Sceptor fertig. Und jetzt hoffen sie, dass demnächst... Ein Relocate irgendwo möglich ist. Bisher sieht das Setup aber noch nicht so gut aus. Und jetzt halt prinzipiell müsste es halt eigentlich Goblak sein. Aber Goblak kann sich halt nicht alleine auf einer Lane zeigen. Das ist halt der Nachteil, wenn man Position 5 Bane spielt. Beziehungsweise halt... Kein Space oder kein Farm bekommt. Wo willst du halt auch als Bane Farm herbekommen? Ist halt einfach nicht... Hätte jetzt hier schön pullen können. Das hat aber leider verschlafen, so wie es aussieht. Manage lieber den Kurier, der zu ihm fliegt mit den Wards. Aber da hätte man schön... Schön stacken können. Ah... 200 Gold für einen Tightender oder für einen Tiny verschlafen. Nicht so gut. Geht jetzt hier Warden. Keine Vision für EG dorthin. Von daher sehen sie das erstmal nicht. Gut für Navi, aber es ist halt auch so ein Spot. Keine Ahnung. Oh. Perfekt. Perfektes Timing. Außerdem haben sie jetzt nichts gesehen. Das heißt, sie wissen, dass PPT gesmoked ist. Das könnte für Navi ganz gut hier sehen. Aber Kontersmoke. Direkt rein. Finden hier tatsächlich auch einen Storms Grid. Und wenn sie ihn finden... Ah... Sehr schnell. Die Zips weg. Und nichts gefunden. Halt auch direkt mit dem Ward hatten sie auch die Vision von Bottom her. Haben halt den Ward devoted. Sonst hat nichts rausbekommen. War das hier ein Relocate? Das war tatsächlich ein Relocate. War das ein Defensive Relocate? Sieht so danach aus. Ja. Da musste Tiny rausgeholt werden. Von daher erst mal... Naja, sie haben halt Sumail aus dem Dschungel vertrieben. Und EG hat... Naja. Hervost aus dem Dschungel vertrieben. Also... Es ist Even 4 zu 2. Die Graphen sind ein bisschen vorne für EG. Aber das ist nichts nach 18 Minuten. Bei XP auch nicht. Im Net Worth sieht das so aus, dass... Die ersten 4 Even sind. Danach ist ein bisschen ein Unterschied. Einfach weil... Fannik auf der Offline nicht ganz so viel bekommen hat. Wie... Aoi im Wald. Aber generell halt auch... EG auf der Offline nichts bekommen hat. Von daher ist es recht Even. Wie gesagt, es sind nur diese 3000 Net Worthy unterschiedlich sind. Und ansonsten vom... Vom Spielverhalten... Doch gerade extrem Even. Aber wir haben halt auch die Möglichkeit, dass irgendwie Dinge passieren können. Das ist halt nicht so statisch wie im letzten Game. Es können hier Dinge passieren. Außerdem, Navi weiß... Okay, keine Vision hier. Lass mal Ruhrstand machen. Fannik kann tanken. Und der Vos kann hauen. Allerdings... Sieht das gerade nicht so nach Damage aus. Da muss die Queen of Pain reinkommen. Ein bisschen Physical Damage reinlegen. Aber... Ja, sieht halt nicht so gut aus. Dass sie da wirklich Damage auf dem Tower haben. Und... EG bereiten sich halt für den T1 vor. Von daher... Kein Trade. Na, wir wollen das nicht mit sich machen lassen. Können halt auch Deffen. Und werden hier einfach... Hoverhouse in die Frontlines stellen. Und... Den Tower Deffen. Zumindest den 9. Wenn sie jetzt hier mit dem Chip Damage... Und wahrscheinlich nachher noch Eidolons... Ja, halt nicht komplett den Damage verhindern können. Die Queen of Pain. Illo versucht es vielleicht ein bisschen zu baiten. Müsste allerdings jetzt... Auch ganz gut gemikroet werden. Wenn sie da nur rumsteht, ist es glaube ich eine recht eindeutige Illo. Aber es braucht noch ein bisschen, bis sie abnimmt. Jetzt ist sie dann... Ah, nicht sicher, ob es jetzt wieder in Ruhrstand geht. Nein. Wird wieder gespaced. Der Push in der Mitte ist erstmal vorbei. Und das auch schön von Navi zu sehen. Dass sie halt jetzt hier sagen... Okay, der Push ist halt vorbei. Wir spreaden wieder aus. Wenn du mal... Oder wenn ihr mal im Vergleich dazu Pub-Line-Ups... Die würden wahrscheinlich noch eine Minute hier stehen in der Mitte. So von wegen... Okay, die kommen bestimmt wieder zurück. Aber nein. Erstmal nur halt nur in der Mitte geforced. Das hier halt alle Groupen. Und dann... Halt wieder auseinander gehen. Naja. Um halt... Das Maximum rauszunehmen. Aber auf der Bottomline haben wir jetzt einen Denny. Oh, mit dem Orcade ist er ein Easy-Kill. Und Denny geht down. Wird gejobbt von Universe. First Chop of the Game, glaube ich. Hat zwar noch einen Kill hier. Bin Ihnen ganz sicher, ob es der erste war. Aber egal. Trotzdem gehen jetzt... EG in den Pit. Und gucken mal, ob sie hier bekommen. Allerdings... Ja, vier kann das eigentlich so nun. Auch schön. Die Healing-Wort hat auch draufgestellt. Wie! Puff! Und zu sehen hat einfach Sumail. Hier Sumail. Ah, kriegt nicht mit dem Orcid. Und geht halt jetzt da unten, bevor er was rausbekommt. Ein Call of 3 tatsächlich. Jetzt kommt der Omni-Slash rein. Desaster für Navi. Ravage kommt rein. Keine Wost steht noch da, aber alleine kriegt sogar noch das Hole ins Gesicht, damit es Sumailien nicht stirbt. Und 1 zu 5 Trade. Holy fucking shit. Ups. Ah. Und ja, das noch zusätzlich mit dem... Mit dem Ding. Das würde auch erklären, warum so viele Leute gehen, wenn der Stream offline ist. Ja, in Skype sehe ich das nicht. So, das Stream soll wieder an sein. Schauen wir mal, ob das Stream wieder anders ist. Nerv. So, den Video. Das sieht gut aus. Und direkt erstmal mit einer Werbung angefangen. Was soll das denn? Das ist eine komische Sache, warum ich im Chat hier drin bin und nichts lese. Das ist sehr, sehr komisch. Auch im In-Game-Chat. Also ich war auf der Webseite sowohl als auch im IC-Channel im Kleinen drin. Und nichts davon hat gesagt, dass Stream-Off ist. Sehr seltsam. Aber gut, ich hatte schon auch den Plan, irgendwie ein Notification für Stream-Off mal einzubauen. Sollte die Twitch-Abi bestimmt herbekommen. Naher. Mal schauen, wann das sein kann. Das wird irgendwie jetzt ein bisschen... Also zumindest für die nächsten drei Games, wenn es drei werden, wird das ein bisschen schwierig. Denn... Tja. Wir haben schon 13.15 Uhr. Und wir denken, dass um 13 Uhr eigentlich das nächste Game losgehen wird. Und die hier sind noch dabei. Tiny Wisp kann durchaus ein bisschen dauern. Aber hey, vielleicht... 9 zu 3 immerhin. Also IG haben wir jetzt halt einen riesigen Vorteil daraus bekommen. Durch diesen großen Fight, den ihr alle nicht gesehen habt, weil das Stream-Offline war. Yay. Aber egal. At YouTube. Riesen. High Definition. 1080p-Streams. Sind dort schön verfügbar. Und kann man in all seiner Pracht bewundern. Aber naja. Erstmal. Der AC ist im Weg für Tiny. Das haben wir in der letzten Zeit gesehen. Da werden wir auch wahrscheinlich für IG recht viele Items rausgekommen sein. Wir haben immerhin PPD, der den Zollring rausbekommen hat. Zum Mail. Hat hier Aegis. Ist einiges. Wird wahrscheinlich danach auf Hex gehen. Ja. Wenn er so viel spart, wird das wahrscheinlich ein Hex werden. Universe. Hat den Blink-Dagger. Hat jetzt einen Blade mehr rausbekommen. Einiges. Er liegt mir auch schon früh hier. Erstmal mit dem BKB. Ist halt einfach der Plan. Okay. Wir machen einen Call auf GoBlack. Und dann laufe ich halt rein mit dem BKB. Und zu nehmen ein Black Hole. Ist eine gute Idee. Durchaus. Aber. Weiß ich nicht. Der Fiendscrib kann halt da sein. Sie müssen halt GoBlack unbedingt rausbekommen. Ansonsten ist da wenig zu tun. Denn. Ja. Fiendscrib geht durch BKB durch. Vier. Mit dem Ultimate Orb. Hat nach dem Mataszeit schon Ultimate Orb. Mal schauen, ob es wieder ein Skadi für vier wird. Hat er einen Troll letztes Mal halt auch gebaut. Oder. Ob es in die Richtung Hex ist. Oder. Irgendwas. Was ich hier ignoriere. Lincolns. Ja. Das könnte ein Lincolns sein. Gegen Bane ist es durchaus eine gute Sache. Toss dodges halt auch. Es dodges einen Silence von der Quob. Könnt ihr sogar ein Lincolns Game werden. Ja. Dann move ich mal. Also eine 14. Krass. Ja. Zehn Minuten Streaming auf. So. Ich hab jetzt Skype mal offen. Ich merke es dann hier. Aber ja. Der Schaden ist getan. So. Base Defense. Hervost haut sich den Tower. Hat doch recht wenige Leben. Aber könnt ihr down gehen. Und auf der Hinterhand. Kommt hier gerade so Tiny raus. Da kommt ein Double Chopper Chop von Universe. Kann aber gerade so Wengs geholt hier raus. Holt hier den Hervost raus. Gerade so. Immerhin. Aber trotzdem. 3 zu 0 Trade. Mit einem schönen Hole. Hatten sie nichts getan. Und jetzt ist so ein bisschen die Frage. Was hat Navi eigentlich? Sie haben einen fetten Dandy. Der irgendwie jetzt dreimal. Na gut. Zweimal schlecht stand. Und nichts in Fight gemacht hatte. Ist jetzt auf dem Weg nach dem BKB. Aber hey. Gegen das Hole bringt das wenig. Wunderschöne Calls von Universe. Hier wirklich. Wirklich Dinge turnen. Wir hatten. Was hatten wir sonst so. Wir hatten halt irgendwie. Tight Hunter. Funnick. Der hat zwar einen Blink. Der ja schon einiger Zeit hat. Aber so wirklich eine Ravage rausbekommen. Hatten sie auch nicht. Bisher hatten die EG immer die Initiation bekommen. Zugegeben. Es ist einfacher. Ein Ex der Initiator ist. Wir haben einen Sumay Storm Spirit. Der Initiator ist. Wir haben PPD. Damit er wieder Fissure initiaten kann. Das ist halt wesentlich einfach. Für EG gerade den Initiator zu finden. Obwohl Tight Hunter mit Blink da ist. Aber der ist halt für Conte Initiator da. Trotzdem haben sie das bisher halt noch gar nicht hinbekommen. Und das ist ein großes Problem für Navi. Außerdem halt der Bane funktioniert bisher nicht. Wir haben bisher noch keinen einzigen Fiend Script gesehen. Oder keinen einzigen Sinnvollen. Ne, keinen einzigen Fiend Script. Soweit ich das sogar weiß. Das sieht nicht gut aus für Navi. Schon wieder. 12 zu 3. Diesmal ist es fast ungegriffen wie im letzten Game. Obwohl diesmal tatsächlich Navi hat mehr Möglichkeiten hier von hinten zu spielen. Sie haben einen Tiny Wisp. Der zwar auch gerne vorne gespielt wird. Aber immerhin noch was tun kann. Wird halt immer Tower backdown können. Wird halt immer Base racen können. Wir haben einen Fiend Script. Der von hinten natürlich dasselbe ist wie von vorne. Außer dass keine Initiation vorhanden ist. Beim Tide Hunter. Der ist halt der Ravage. Außer dem. Das einzige was das Problem ist ist die Quob. Aber bisher hat Dandy eigentlich einen ganz guten Job gemacht. So viel Farm rauszuholen. Dass sie halt nicht wirklich hinten ist. Das Problem ist halt dass er jetzt bei ungefähr 10k Net Worth ist. Position 4. Äh Position 5. Das Problem ist halt auch. Drei Cores von EG sind weiter vorne. Und Dandy hatte mal. Er hatte mal die Position 1. Und hat sie halt mit quasi drei Kills. Und hat keinerlei Impact in den Fights gehabt. Sie haben auch keinen einzigen Fight gewonnen. Und deshalb. Haben sie einfach halt nichts rausbekommen. Sehr bitter für sie hier. Tja. Die Graphen reflektieren das. Holy Shit. Okay 12k. Habe ich jetzt nicht erwartet. Aber okay. Haben wir quasi. Alle von EG. Die halt irgendwie vorne sind. Der Earthshake hat 4k. Net Worth. Und hat fast mehr. Net Worth als. Beide Supports von Navi zusammen. Und der Rest ja. Wir haben danach halt einen Ex. Wenn man halt bedenkt. Dass der zweite Core von. Also der zweite Support von EG. Einfach halt bei 11k Net Worth ist. Nämlich den Digma auf dem Jungle. Technisch nicht ganz ein Support. Aber. Rein Technisch halt auch wieder schon. Ah vielleicht wird das Moki was passieren. Vielleicht finden sie PPD. Aber es lohnt sich auch nicht. Das wäre ein richtig wichtiger Pick-Off gewesen. Denn er hat jetzt den Blink-Dagger. Okay. Smail hat da einen Creep geklaut. Aber hat immer noch den Blink-Dagger. Ja. Und. Besonders jetzt sieht es halt sehr schwierig aus für Navi. Sie können halt reengagen. Aber sobald sie halt irgendwie Position beziehen nach dem Reengage. Kommt halt der Go-Slam rein. Und es reicht halt wirklich. Wenn EG halt einfach mit Universe initiaten. Und. Naja. Dann kommt halt Aui. Und Aui wird einen BKB anhaben. Und wird initiaten. Oder es kommt halt einfach die Ravage rein. Aui wird das Ding mit einem BKB dodgen. Und dann kommt das Hole. Und nach dem Hole kommt halt der Dunk. Und dann lebt halt nichts mehr. Das wäre ein großes Problem. Dafür. Tiny versucht das Ganze mit dem BKB zu kontern. Ist halt die Frage. Wie sinnvoll das sein kann. Es ist sowohl Call geht durch. Als auch Black Hole geht durch. Trotzdem ist halt der Damage aber dann einfach nicht vorhanden. Jetzt kommt halt der Call. Wirft Tiny Seiten so ein bisschen out of position. Oh. Da kommt. Okay. Da kommt der Relocate. Ein bisschen weggelegged. Aber okay. Und dann direkt schon defensiver Relocate. Relocation. Das nur bei einem Call. Das ist halt schon bitter. Dass sie so früh das machen müssen. Alle Außentower für Navi down. EG hat nur zwei T1 Tower verloren. Roshan spawnt in knapp zwei Minuten wieder. Tja. Und Navi haben hier einiges aufzuholen. Roshan Fight wird wahrscheinlich das sinnvollste werden. Wo sie irgendwas tun können. Farmen geht immer weiter nach oben. XP geht so. Ja. Aber. Das wird eine schwierige Sache für Navi. Das zu tun. Ansonsten. Okay. Nein. Der Roshan Fight wird. Okay. Nicht ganz funktionieren. Ne. Jetzt kommt direkt wieder der Call. Relocate ist nicht vorhanden. Versucht hier irgendwie das Schlimmste zu verhindern. Aber direkt kommt der Omni Slash da rein. Hervorst. Jetzt wird sogar Black Hole nur für Hervorst benutzt. Und der Rest von Navi ist einfach nicht in Position irgendwas dagegen zu tun. Weiterer Double Kill. Ein weiterer Kill hier auf Tony. Und schön viel Gold. Für vier mit seinem Double Kill. Oben. Keine Ahnung was hat er getan. Tatsächlich wieder ein Skadi gebaut. 2600 Gold jetzt da. Das heißt Abyssal Blade ist das nächste Ziel was hier. Das nächste Ziel was angepeilt wird. Von ihm. Da kommt der Echo in die richtig große Echo Slam. Holy Shit. Und ja Sumail. Ich weiß nicht. Ja gut. Er kam rein. Hat Damage gemacht. Okay. Aber. Uh. PPD hat das schön gesehen was es da möglich war. Und da hat Danny zu spät gesehen. Hm. Okay. Da kommt ein Nurse Checker. Hm. Er blickt neben mich. Hm. Wie viel Creep stehe ich? Oh fuck. Kommt hier rein. Universe. Dive schon fast T4. Mittlerweile. Während das halt alles am. Am. Am losgehen ist. Es steht 4. Schön im High Ground. Und Push the Tower. Backdoor Protection wurde von dem einen Creep eben weggenommen. Tja. EG geht High Ground. EG push stark. Die Illusionen haben immer noch keinen Hilfbar. Aber das stört EG nicht wirklich mit den Action zu machen. Es sieht grim aus. Es sieht sehr grim aus. Klar. Hervorst hat noch irgendwie den Net Worth von 4 fast gehabt. Aber. Jetzt kommt er rein. Jetzt ist der Call da. Ravage wird benutzt. Aber auch Bane ist schon down. Universe geht jetzt hier down. Hervorst macht den Damage schon noch drin zu Mail. Wird low. Aber hat halt einfach den Zip. Und da kommt Hervorst einfach nicht ran. Kann jetzt ihn down kloppen. Double Killstreak. Aber das Maledict hält ihn einfach davon ab. BKB ist down. Kann er nicht so viel machen. Kann jetzt hier noch einmal in Everdance machen. Toss zurück. Den Damage reicht nicht ganz für Wost. Immerhin. Glück dafür. Scream kommt raus aus 4. Aber der hat einfach zu viel Damage. Kriegt er auch nicht down. Healing Watch steht halt noch da. Wird jetzt down gebracht. Hat 600. Und da kommt die Ringage von PPD mal wieder. Denn jetzt immer noch nicht gelernt. PPD ein zweites Mal belittet ihn. Dass man nicht den Earthstrike unterschätzen sollte. Und overextenden sollte. Denn die overextended. Racks sind hier down. Melee Racks stehen noch. Immerhin haben sie X down bekommen. Und zu Mail. Aber hey. Mit Bloodstone. Der ist schon lange wieder am Leben. Und es war trotzdem ein 4 zu 2 Trade. Obwohl zwei Cores von E.G. immerhin down sind. Aber. Naja. Sieht nicht toll aus. Even war der Fight an sich schon. Aber sie haben Racks verloren. Und. Immerhin hat er Serwost überlebt. Der im Net Worth. Wahrscheinlich jetzt fast wieder Juggernaut übernehmen wird. Da kommt Tiny an. Zum Mail. Versucht hier ein bisschen das PKB rauszuziehen. Aber PKB war noch auf Cooldown. Von daher. Okay. Findet er jetzt einfach Go Black. Das ist natürlich auch doof. Zum Mail. Bisschen low on Mana. Aber kann natürlich sehr weit kommen. Und Navi auf Extenden gerade wieder. Universe versucht hier den Whisper zu finden. Aber PKB an. Zack. Reinklappen. 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 Die Fissure läuft da nicht so gut für E.G. Aber Tiny hört auf. Und jetzt. Naja. Wird er halt von Zum Mail gechased. Muss der Relocate kommen. Relocate kommt raus. Echo Slam. Wups. Ein bisschen daneben. Aber immerhin. Wieder Defensive Relocate raus. Ist jetzt nicht für den Basefight da. Und ja. Kann hier versuchen halt. Danny versucht halt das Ganze rauszukommen. Nein. Da kommt der Call. Und der Dank. Und Vanscores Leben ist verwirkt. Okay. Fight Recap ist jetzt ein bisschen sinnlos. Knapp 25.000 Net Worth vorne für E.G. Es sieht nach einem 2.1 für E.G. aus. Andererseits sollte man Tiny Wisp und natürlich eine Ravage nie ganz ausschließen. Nie ganz denken, dass es vorbei ist. Das könnte hier noch sein. Außerdem. Herr Wurst ist halt noch in Net Worth. Er ist halt noch oben. Von daher ist es halt gerade Herr Wurst gegen 4. Allerdings wäre das nicht das erste Mal, dass Herr Wurst vollkommen aggro geht. Und hier irgendwie 4 zu 1 tatsächlich einen Win rausholt. Klar, es ist nicht das einzige. Aber das Problem ist halt auch, so Mail kann ihn halt anjumpen. Und er muss BKB benutzen. Sonst ist er halt fast schon tot. Und naja. Das ist halt kein guter Status drin zu sein, wenn man halt irgendwie BKB für jede... Also E.G. muss nicht committen. Quasi. Um hier den Go auf Herr Wurst zu machen. Bisher waren sie zwar sehr oft alleine. Was halt eigentlich das Ziel ist bei Tiny Wurst Pay. Aber in dem Game sollten sie vielleicht auch eher groupen. Herr Wurst steht jetzt hier schön vorne. 4 wird hochgeworfen. Mal schauen, ob es hier irgendwas Re-Engage gibt. Universe denkt drüber nach. Aber irgendwie ist es vielleicht doch keine gute Idee. Könnten hier aus der Base rausholen. Aber sie stehen da doch relativ nah zusammen. Jetzt kommt der Engage. Ravage ist draußen. Aui geht nicht ganz down. Da kommt das Hole. Das Hole auf nur 2. Sie kriegen da nicht mehr und keinen Damage raus. Aber der Omni-Slay ist jetzt draußen. Macht den Damage. Herr Wurst geht down. Omni-Slay ist da. Fannik geht auch down. Omni-Slay ist zu strong. 4 ist zu strong. Herr Wurst geht down. Buyback. Dandy und Herr Wurst dürfen es jetzt alleine reißen. Und das wird sehr schwierig für die beiden. Ja. 20 Leben. Ja. Danke. Das muss man auch machen. Schöner Versuch. Schöner Versuch. Beinahe haben sie Aui down bekommen. Dann kam das Hole und der Omni-Slay. Und dann kam der Turn einfach. Bashar ist jetzt auf Juggernaut da. Genug Geld für ein bisschen Blade hatte. Aber ich glaube, das wird er nicht mehr kaufen können. Wir versuchen noch einen letzten Fight mit Vanscore und mit Goblack. Vielleicht werden sie einen einzigen Fiends-Crimp mal rausbekommen. Immer noch Level 9 für den Bane. 1.200 Net Worth. Level 9. Und Smae ist Level 20. Holy shit. Jetzt kommt aber die Engage noch Verwurst. Schnell. Universe ist mal wieder da. Denn die Goblack geht down. Hat wirklich das gesamte Game keinen Omni-Slay rausbekommen. Wisp relocatet ihn tatsächlich wieder rechtzeitig. Nicht ganz weit hinten. Aber daher. Der Fountain ist dann doch recht schnell da. Fountain Diving von E.G. Können sie ja doch machen. Zurück. Der Throw zurück. Aber Navi regeneriert sich. Schön von PPD hier. Verhindert, dass sie irgendwie wieder in den Fountain zurückkommen. Die letzte Rex. Die letzte T3 Tower wird hier downfallen. Keine Ravage ist da. 4. Noch wird versucht, hier dann geböstet zu werden. Das Orchid ist da. Das sollte der Kill sein. Ja, das ist der Kill. Aber es ist auch nur die E.G. Universe ist da. Hat wieder die Calls rausgeholt. Blade Mail ist da. Aui hat kein Hole. Aber es sollte auch so reichen. Zu Mail holt sich den Wisp. Hervost ohne BKB. Ohne Teammates. In allem drin. GG von Hervost. Noch während er im Leben ist. Hands of the Keyboard. No Hands Doto. Und einfach GG Callen. Ist das Einzige, was er gerade noch kann. Haben es versucht. Die Anfangs-Performance von Navi war ganz gut. Allerdings haben sie es einfach nicht nutzen können. Und haben halt alle Teamfights, die sie so hatten, verloren. War eine krasse Teamfight-Utien, die natürlich auch von E.G. hier drin waren. Sie hatten das Black Hole. Sie hatten eine Shit-Ton of Initiation. Und die haben sie richtig gut funktioniert. Universe hat hier Out of His Mind gespielt. Und auch PPD hat die wichtigen Kills gemacht. Hat zwei Kills. Und das waren halt, glaube ich, beide auf Dandy. Und hat beides mal den Blink-Dägger perfekt genutzt. Die Fissures waren on Point. F.E.R. hat gefarmt und Kills gemacht. Und hat Enigma zu Null. Nur Universe, der halt auch reinjumpen musste, war tatsächlich 8 zu 4. E.G. Y. Navi mit 28 zu 5 in einer überzeugenden Performance in der Dota 2 Asian Championship 2015 im Upper Bracket. Und es wird vielleicht das letzte Upper Bracket sein, was Navi hier sehen werden. Sie sind jetzt im Lower Bracket runter und werden, lass mich nicht lügen und einfach nachgucken, demnächst im Lower Bracket gegen, wahrscheinlich Rave oder HGT entstehen. Ah, Liquid Dota hatte das da mehr. Liquid Dota hatte hier, ja, ist auch nicht angegeben. Okay, HGT oder Rave werden die nächsten Gegner im Lower Bracket Runde 1 werden für Navi, E.G. Advancen vorwärts. Und werden demnächst, das nächste Spiel gegen Big God antreten. Mal schauen, 4 gegen Burning, wer farmt mehr? Das werden wir demnächst sehen. Hier geht es gleich weiter, gleich irgendwann, mit VG gegen Hellraisers. Dann wird die Frage im Raum stehen, werden Hellraisers hier eine Chance gegen den Championen VG und Black haben? Außerdem wir Deutschen auch schön, Dominik zu sehen, wie Black weiterfarmt wird. Naja, bis gleich, hoffentlich bleibt ihr dran. Ich bin Aziz Saison Dota und ihr seht das Ganze auf Saphira TV. Wenn ihr Bock habt, das Ganze nochmal anzugucken, auf HD, auf meinem YouTube-Channel Saison, seht ihr das Ganze in 1080p die Tage. Bis gleich, auf Wiedersehen.